Das hier ist mein Sohn und Spieler Kylian Mbappé. Hallöchen, Ihre Bewerbungen bitte. Nein, aber... Der Nächste... Kylian! Real! Na, nächste Saison brutal angreifen? Hm, geht Benzema? Naja, da muss ich ehrlich gestehen... Gut, dann nicht. Mann! Mama, hast du noch was für mich? Äh, ja, hier, den besten Verein Deutschlands. Jawohl, München braucht mich. Was für München, Diggi, Deutschland? Ist Eisern. Was? Wer bist du? Und jetzt bist auch du Eisern, Kylian. Und Mbappé ist Eisern.